So Freunde, willkommen zu einer weiteren Ausgabe Wissenswertes aus der Woche. Wir werden uns ja da so ein paar wunderschöne Dinge angucken und dann unsere Standardsachen hier machen. Ich war jetzt noch nicht sehr aktiv heute hier, deswegen muss ich mal eben ein paar Sachen herstellen, damit wir Platz kriegen. Weil ich muss glaube ich den Turm, ah den habe ich schon einmal gemacht, okay. Alzheimer ist grüßen. So, es geht los. Dreifin Titan dreimal an. Oh, das muss ich auch noch machen. Habe ich schon. Habe ich nicht, ich habe ihn nicht dreimal angegriffen, aber wenn der noch gleich steht, dann machen wir das noch. Und wir fangen an. Äh, ich würde sagen, wir fangen erstmal an mit einer Info, die man wahrscheinlich schon gesehen hat. Ja, ich habe gesehen, manche haben da schon ein Video rausgebracht. Und zwar gibt es Änderungen. So, und äh, es werden, deswegen wurde natürlich zufälligerweise, zufälligerweise der Ninja Tower verschoben, ja. Es wird neue Helden geben. Und zwar Ruby, Quartz und Zirkon. Wunderschön. Ähm, als, es gibt auch schon Bilder dazu. Ich weiß nicht, ob die auch schon jemand gezeigt hat. Ich zeige sie nicht, ja, ähm, es gibt auch schon, ähm, das sieht man dann gleich bei Centa's Challenge. Da gibt es auch noch ein paar Änderungen. Also, erstmal der Ninja Tower. Neue Helden. Das Format wird jetzt auf 25 normal und 50 unmögliche Stufen gemacht, wie den Magiaturn. Keine gute Änderung, ja. Dann wird es so sein, dass du dann da auch Flaschen nachkaufen musst. Natürlich, warum auch nicht, ja. Nicht gut. Nicht gut. Small Giant, in meinen Augen, hättet ihr den Turm einfach so lassen können. Weil jetzt ist er, ähm, der Ninja Turm ist ja schon vielen vorher am Keks gegangen, weil er zu zeitaufwendig war. Jetzt wird er noch zeitaufwendiger. Also, weiß ich nicht. Keine, keine gute Richtung. Ähm. Neue, äh, neue, neue Stufen und so weiter. Zu der, zu der, zu der, im möglichen, äh, unmöglichen, äh, Schwierigkeitsstufe gemacht, ja. Äh, was das alles ist, das, oder was diese Stufe ist, das werden wir dann in Action sehen, wenn es soweit ist. Ähm. Ähm, dann gibt es noch Santa Challenge. Ein neuer Held wurde dazu gemacht. Mr. Pengi. Mr. Pengi ist ziemlich cool. Von dem, was er kann. Wie er aussieht und so. Ja, das ist ganz okay. Ähm. Ähm, neue Kostüme, natürlich. Krampus, Santa und Mutter Nord haben jetzt, äh, Kostüme gekriegt, die, äh, ich muss sagen, von Krampus, das sieht albern aus. Ja, das ist praktisch so wie, ähm, bei Graumähne. Weißt du? Graumähne sieht gefährlich aus und dann wird er zu so einem niedlichen, was ist das? Dachs? Niedlicher Dachs? Ich weiß ja genau. Hab ich mir sogar, ich hab's ja noch nicht mal, also ich hab das Kostüm aber nicht gelevelt. Deswegen, keine Ahnung, ich glaub ein Dachs ist es oder sowas. Ähm, ja, und Krampus sieht halt genauso dämlich aus. Ähm, Mr. Pengi, Krampus, Santa Claus und Mutter Nord werden dann natürlich auch mit den Kostümen in der Heldenakademie verfügbar sein. Okay. Ja. So, und dann gibt's auch noch neue legendäre Helden. Ähm, vielleicht Season 5, keine Ahnung, das ist einmal Herzog und Peniolite. Peniolite. So, bei Herzog gab's tatsächlich schon, ähm, Komplikationen. Ja, weil, äh, das hab ich mitgekriegt, ähm, Herzog ist wohl auch ein jüdischer Name. Aber, ja, so, so hab ich es jetzt verstanden in dem Kontext heraus. Und, äh, also wir, wir kennen das ja als, äh, äh, also ich hab als erstes natürlich bei Herzog irgendwie so, so einen, so einen Adelstitel, ne? So wie man kennt aus dem, aus dem, äh, vor allem jetzt aus dem Mittelalter und sowas, ne? Der, der Herzog. Aber, es ist wohl auch ein jüdischer Name und das Problem war, das Problem war, diese, diese, diese Karte hatte Teufelshörner. Kannst dir natürlich denken, was jetzt wieder los war, ne? Also ich will jetzt hier nichts Religiöses anprangern oder sonst was, ja, bitte nicht auch in den Kommentaren. Ähm, der, der, ähm, Konsens jetzt daraus ist, dass der, ähm, Name des Helden geändert wird. Ja, weil es war eher unglücklich, ein, ähm, ein Helden mit einem jüdischen Namen mit Teufelshörnern darzustellen. Haben sich die, äh, Finnen da keine Gedanken drum gemacht. Die wurden jetzt darauf hingewiesen, der wird jetzt irgendwie Galiad oder keine Ahnung, irgendwie sowas wird der jetzt heißen. Also völlig was anderes. Ja, ähm, das ist nur mal so, also, falls jemand diesen Post liest und dann sich wundert, wo bleibt denn der Heldherzog? Das wird dann Galiad sein. Oder irgendwie sowas in der Art. Ja, muss ich da noch mal gucken. Aber, ähm, das nur mal einmal dazu, ne? Also es ändert sich wieder ein bisschen was. Nicht zum Guten, wenn ich mir den Turm angucke. Ja, also nein. So, dann Turnier. Wunderschön. Wir sind Top 5 gelandet, ja. Das waren dann doch ein paar Niederlagen zu viel. Hab ich mir schon gedacht. Die Defensive war am Ende auf 75%. Also das war safe, gut, ja. Nur halt offensiv die ganze Scheiße mit den Nullen. Wir hätten uns nicht so viele Nullen erlauben dürfen. Oh, das wollte ich noch gar nicht zeigen. Haha. Hier. Das wollte ich noch zeigen. Ja, also im Endeffekt hab ich jetzt das gleiche Bild genommen. Ich bin so hohl. Ich bin so hohl. Ich hab das gleiche Bild genommen. Okay, dann, äh, zeig ich einfach noch das. Dann, äh, machen wir das wieder weg. Das waren im Endeffekt 50 Embleme. Ja. War das gleiche Bild genommen. Das sah sehr schlau gewesen. Okay, und dann gab's hier noch eine mythische Vision mit einem Wappenrock. Ja, das, äh, nochmal so nebenbei. Also auch, äh, sehr, sehr nett. Und dann gibt's noch eine weitere Info. Und das ist halt das, ähm, was wir uns jetzt gefragt haben, was ist mit dieser Allianz-Quest, ja. Dieser Allianz-Quest hat jetzt natürlich diesen Ninja Tower, äh, abgelöst. Und wird auch in dem Rhythmus mit Ninja Tower und Taverne kommen. Also alle drei Monate haben wir die Ehre, ne. Und natürlich, dann, das war dann der Post, der kam dann vor diesem hier, ähm, natürlich wird dann, wurde der Ninja Turm dann, äh, verschoben, um uns dann natürlich super neuen Content zu bringen, ja. Ähm, deswegen, heiße Bescheid. So, machen wir jetzt alles hier wieder weg. Die ganzen Fehler, die da drin waren. Gut, ähm, dann würde ich sagen, gucken wir uns unseren Kram an, ja. Ja, indem wir hier so wunderschön, äh, immer machen. Hier, Alka-Charts. So, was haben wir? Ich hab jetzt inzwischen, hab ich, hat man ja schon gesehen, dass ich die mal, äh, hier zusammengesammelt habe. Das machen wir jetzt hier auch nochmal. So und so. Und das sammeln wir auch rein. Okay. Gut, dann dürfen wir. Monk, haben wir nur elf. Ja, dann, äh, nehmen wir definitiv Monk. Und wir dürfen nochmal. 16.000, nehmen wir, wieder die. So. Okay. Haben wir uns wunderbar drüber gefreut, dass wir die jetzt auch haben. Wie sieht's hier aus? Das ist genommen. Das ist sehr gut. Da haben wir schon reingeguckt. Ähm, Quests. Ja. Wir gucken mal. Also ich bin im Moment, ähm, wenn man jetzt mal Bestenliste macht und nur, äh, Top-Spieler. Ich bin jetzt 544. Ist okay. Ja, Top-1000 ist das Ziel. Mehr mach ich jetzt auch nicht. Ich hab noch ein paar Ecken, wo ich machen könnte. Aber ich guck erst mal was. Weil bei uns haben auch noch ein paar gar nichts gemacht, ja. Ähm, ich bin in der Allianz. Lloyd hat mich eingeholt. Ähm, ich war zwischendurch mal Zweiter. Dann kam, kam Lloyd dazu, ja. Ja, also so sieht's auch im Moment in der Allianz aus. Ein paar müssen, wie gesagt, aber es sind noch drei, die fast, oder die, glaub ich, wenn dann nur selten abgeschlossen haben. Also zwei, die haben vom Score her nur selten abgeschlossen und episch angefangen und einer hat noch gar nichts gemacht so wirklich, ja. Deswegen, ähm, da wird sich noch was ändern. Ich hoffe, Top-100 wird es. Ähm, wir können's einmal, ich mach ja kein Geheimnis raus, ja. Ja, also selten die Stufe, wo ich mich noch verbessern kann und müsste, wäre diese hier. Ja, wahrscheinlich noch. An manchen anderen kann man auch noch was drehen. Das ist okay. Ähm, hier könnte ich natürlich auch noch was machen. Ich glaube, die hier kann noch ein bisschen höher. Die kann noch ein bisschen höher. Ähm, ob hier über 100 drin ist, weiß ich nicht. Geht wahrscheinlich auch, ja. Und legendär. Ich hab echt gedacht, meine 127 wären genial. Die wir geschafft haben. Aber, äh, wie Lina bei mir aus der Allianz, die hat 130 geschafft, ja. Also, hab mich dann schon, äh, hab mich ein bisschen beim Ehrgeiz gepackt. Ich hab's nochmal zwei, dreimal versucht, aber, ah, war für meine Verhältnisse nicht mehr mehr rauszuholen. Da hatte ich auch keine Lust mehr, ehrlich gesagt, ja. Also, das sind so die Scots. Hier könnte man noch ein bisschen was machen, denke ich, weil das ist noch nah beieinander. Ähm, hier vielleicht noch irgendwie eine 110er. Also, das sind, das sind nur noch Kleinigkeiten eigentlich. Deswegen finde ich's krass, was ich theoretisch für einen Rückstand habe. Ja, mal gucken. Also, wie Lina übrigens, die ist dann auch, ähm, hier oben Top Ten, ne. Zwei, vier. So, und ich hab jetzt zwei, zwei, fünf. Und guck mal, es sind halt immer noch einige Punkte, ja, die da fehlen, theoretisch. Ich will da ja nicht hin. Aber, ähm, theoretisch müsste ich da noch einiges machen. Also, aber, naja, gut. Wenn wir sehen. Wenn ich noch, wenn da irgendwas für die Allianz gemacht werden muss, dann mach ich da natürlich noch mit. So, Moloria haben wir abgeschlossen. Das haben wir alles. Ähm, dann würde ich sagen, gucken wir. Helden Akademie. Ganz spannend. Okay. Wenn wir getrost umschulen. Zack. Rein mit dir. Dann haben wir wieder Platz für Nahrung. Das ist auch sehr schön. Und jetzt Defensive. Das ist auch, ja, ganz spannend. Moment, klappt es ja mit der Defensive. Blutiger Kampf, fünf Sterne, kein Grün. Okay, keine Heilung und kein Grün. Da sind wir dabei. Keine Heilung und kein Grün. Kein Grün. Das ist natürlich, das macht, äh, Krampus, äh, gefällt das. Ich sammle erstmal nur, ja, keine Panik. Erstmal nur... Mal sammeln und gucken. Im Endeffekt habe ich schon ein starkes blaues Team. Mit 4, 7. Also blöde ist halt nur die Truppen. Ja, die Truppen kacken halt ab. Deswegen werde ich, äh, mit 5 nicht spielen. Ich werde wahrscheinlich mit, mit 3 dann spielen. Und blau sind meine Truppen halt nicht gut genug. Ähm, Missandra ist so ein, so eine Wundertüte, ne? Ob sie einmal oder mehrmals macht oder was auch immer. Ähm, Elementara, Def, Down. Ohne Entfernung ist schon nicht schlecht. Dann nehmen wir Magni, glaube ich, raus. So. Auch noch Richard dabei. Der Welt ist auch noch Richard. Ähm. Blutiger Kampf geht so völlig gegen meine, gegen meine Spielprinzipien, ja? Weil ich, ich nehme ja immer Heiler mit und alles, was auch immer. Aber ich bin da immer richtig überfordert, wenn ich keine Heiler mitnehmen darf. Wenn ich Krampus und Freya mitnehme, dann mache ich mich anfällig für Grimble. Das will ich ja auch nicht, in dem Sinne. Äh, wir könnten, ich bin einfach nur mal jetzt so. Warum nicht? Theoretisch. Können wir den Hasen mitnehmen? Oder jemanden halt, der schnell killt, ne? Oder der wahrscheinlich killt und wieder aufstehen kann. Das ist eigentlich top. Keine Heilungen können wieder aufstehen. Kann der ja dann gar nicht, ne? Dann könnte man natürlich auch. Ne, ich glaube, ich nehme Jun doch mit, ey. Der trifft halt schon hart. Na, Frieda und Richard ist natürlich auch mies, ne? Vor allem, wenn Krampus dann aktiv wäre. Wenn man das jetzt so spielen würde. So, ich würde dann auch die Ninja-Truppe zu Kobalt geben. Könnte er die 13er haben und sie die 26er. Weil, ey, ist halt auch schon schwer wegzukriegen, ne? 916. 4003. Ja, ich lasse das, glaube ich, den Scheiß auf diese Ninja-Truppe. Die ist ja gut vom Angriff her. Das passt ja. Vielleicht kriege ich die auch noch ein bisschen höher. Aber ich glaube nicht. In dem Fall würde es dann halt für Grimble gut sein, ne? Lila gegen den hier. Boni-Entfernung. Da kann man Sabina mitnehmen. Evelyn geht ja nicht. Man kann selber Frieda mitnehmen. Ach, und ganz viele von den Neuen, wo ich das gar nicht weiß, weil ich die nicht habe. Aber ich lasse das so. Just for fun, komm. Lass mal so. Heilung, Wiederauferstehung hier. Funktioniert nicht. Wenn er tot ist, ist er tot. Okay. Aber er knallt halt richtig rein, ne? Bleibt so. Lassen wir das so stehen. Wir werden heute auch... Heute kommt das Beschwörungsvideo. Ich weiß noch nicht wann. Ich denke, nach dem Livestream wird das Beschwörungsvideo kommen. Ähm, im Moment bin ich dabei, hier Dava zu leveln, tatsächlich, ja? Ob man es glaubt oder nicht. Normale Dava ist fertig. Kostüm kommt. Und dann haben wir nämlich einen gelben Bjorn, sozusagen. Deswegen level ich das. Ja, und dann mal gucken. Dann werde ich sie hier als nächstes Mewe machen. Und dann werden wir mal sehen, was da noch so kommt. Vielleicht kriegen wir... Haben wir auch was Gutes gekriegt beim Beschwören, ne? Man weiß es noch nicht. Ich weiß, ich weiß einen Teil schon. Aber noch nicht alles. Gut. Ähm, habe ich irgendwas vergessen? Glaube nicht. Der Krieg kommt nachher noch. Wir haben Heldenakademie gemacht. Wir haben Alka-Shards gemacht. Nö. Wir sind durch. Ging relativ fix. War nicht ganz so viel zu besprechen. Jetzt noch eigentlich noch mal... Können wir noch einen Titanangriff machen? Schau mal. Okay. Er ist in. Ja, dann lassen wir ihn das machen. Immer zu spät. Okay. Dann, Freunde. Vielen Dank fürs Zuschauen. War jetzt ein relativ kurzes Video. Aber es ist halt auch nicht viel passiert, ne? Wir sehen uns dann später zum Livestream 17 Uhr. Und dann am Laufe des Abends kommt dann auch noch das Beschwörungsvideo. Also, wir sehen uns. Macht's gut. Ciao, ciao. 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 Untertitelung des ZDF, 2020